Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Promocode Video auf meinem Kanal. Diesmal haben wir das Hobbing Hurt. Wie ihr wisst, bekommt es ganz einfach. Ihr geht auf die Seite roblox.com-promocodes und da gibt ihr jetzt folgendes ein. Nämlich ihr gebt ein robloxig500k, halt bei robloxinstagram, die halt da auf ihrem Account 500k Follows geknackt haben. Dann einfach auf Redeem und zack, wie gesagt, ich habe ja das Item schon und dann habt ihr es im Inventar. Und ich würde sagen, wie ihr euch gefallen habt, gebt noch einen Daumen nach oben, wenn ihr euch hier Ehemännern seid oder Ehrenfrauen auf ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein Leute und ciao.